Vorurteile gegen Wessis, getestet an Herrn Yun, 5 von 9. Passt dieser Oberbürgermeister kulturell zu uns, erfüllt er das Charakterbild eines schlechten Wessis. Vorurteile, Wessis sind oberflächlich und tragen nach außen eine Maske. Unehrliche Gesichtszüge, Test an Herrn Yun. Herr Yun stellt nicht nach Kompetenz ein, sondern eher nach akademischem Theorieabschluss. Eine Biologin ließ er beispielsweise als stellvertretende Geschäftsführerin des Shopcenters anwerben. Praxisexperten bleiben außen vor. Um die Finanzen der städtischen Betriebe scheint er sich nie gekümmert zu haben. Daher trifft wohl auch dieser Punkt auf Herrn Yun zu. Das war's für heute.